Hallo und herzlich willkommen YouTube bei eurem CommanderKrieger und herzlich willkommen zu einer Partie FIFA ProClub. Ja, frisch erstellt haben wir hier den Reinholzen. Gerne hart Reinholzen, bitte. Danke. Dann ich spiele mit dem Fantastisch, dann Jan Brugermann, ja, Dachian. Ja, hallo. Und noch der echte Name, du hast wahrscheinlich wirklich mit dem Nachnamen Brugermann, ne? Genau. Fantastisch, super so für so Aufnahmen. Dann Rob Wager ist wieder am Start. Ja, Rob Wager himself hier. Und El Schlango, Mr. Schlange. Dachian. So, und ich würde sagen, anfangen. Alles klar. Machen wir. Du kannst ja auch nochmal erklären hier, für die, die es nicht kennen, wo der ProClub eigentlich ist. Erklär es mal. Ich soll das erklären. Ja, du bist doch hier der ProClub-Explorate. Ja, ich bin der Gruppe am Arsch bin ich das. Jeder spielt halt seinen eigenen Spieler, seinen eigenen sogenannten Pro. Ja, wie gesagt, einige kennen es, einige eben nicht. Und ihr werdet jetzt fünf verschiedene Pfeile über ein paar Männchen sehen. Und das sind dann die jeweiligen Spieler. Wir können ja mal dann gleich zur besseren Veranschaulichung sagen, wer wer ist. Ich bin der hellblaue. Ich bin der gelbe. Ich bin der, der auf den Ball wartet. Oh, komm. Du bist der dicke da. Und ich bin der grüne. War erster souveräner Pass hier vom... Ja, ihr müsst aufpassen. Die Reaktionen sind halt nicht so krass. Und auf X fordert ihr den Ball an. Genau. Auf X fordert ihr den Ball von den Randys. Von den... Bitte. Die Pfeile zeigen halt die Posi an und so, ne? Ihr halten solltet. Genau. Achso. Komm, Randy. Gibt bestimmt... Aha. Das will kein Pfeil jetzt mehr, ne? Ja, du musst halt... Dann stehst du gerüchtig. Dann stehst du generell richtig. Das ist ja schon stressig hier, ne? Ist nicht ganz so... Oh, dann aber... Hey! Dabei heiße ich doch gerne hat Reinhard. Jawohl. Tschüss. Direkt die rote gezogen. Das ist ja fantastisch. Du hast auch eine geile Friese, ne? Danke. Bitte. Jose Juan Garcia. Direkt mal rausgenommen aus dem Spiel. Ich kann auch nicht angehen, ne? Es läuft noch einer. Ich rage hier rum, ey. Ja, hallo. Wenn man hier Captain Fantastisch so hier vom Ball, äh... Ich kenne den Ball doch gar nicht. Natürlich, aber auch mega geil, dass er zwei bei die 27 im Spiel geht. Die Reinhardt werden halt vom Computer gesteuert. Oh, Jesus. Okay. Aber die kann man halt auch selber spielen, aber dann kann man nicht einstellen, dass die Gegner auch halt... Die spielen dann halt auch alle. Und so spielen die halt auch nur die bestimmten Personen. Ich frag mich gerade, ob... Was kriegst du die? Kennst du den nicht? Ja. Das ist gut. Ich frag mich gerade, ob der, der vom Platz geflogen ist, ein richtiger Spieler war oder auch ein gegnerischer... Ja, ich glaub so... Am Rheinholz ist der Computer direkt nicht am Anfang. Glaub ich. Glaub ich nämlich auch nicht. Stark. Oben lang, oben lang. Ja, das war mal ein Pesschen, ne? Aus dem Fuß geläht. Oh, Junge. Das kann nicht sein. Wer war noch mal der Grüne? Ja, der da gerade lacht. Ich nicht. Ich? Dr. Stolper. Der war der Grüne. Doppelpass alleine. Der den souveräten... Durchgelb. Ja, warte. Sorry. Zu spät. Ja, ja, alles gut. Also, ich lauf mich hier frei, Freunde. Ich bin der Rote, ne? Da, hier, der jetzt hier... Reinschneidet! Ja, ja, komm, komm! Reinschneidet! Lang! Jawohl! Nein! Oh, das muss es doch sein. So, eigentlich geht es auch verkehrt vom Krieger, ne? Ich bin hier das lange Monster. Ich guck mal, mit wie viel... Wie groß hast du dich eingestellt, Krieger? Was? Wie groß du dich eingestellt hast. 1,80 hier. Oh, ich wollte stecken. Nummer 1,80. Da musst du hoch, die Kirsche. Ja, die kann er nicht annehmen. Ich bin Wiesel Flink, Junge. Weiß wie, wie meint er den verarbeitet, Junge. Jetzt da! Raus! Raus! Gott sei Dank. Die spielen nur mit zwei Leuten, also wenn die einen runterfliegen... Und stark hier! Ah, schade. Hätte ich das gesehen, hätte ich den Roten gespielt. Oh, ganz natürlich! War doch faul. Du musst ja auch mit Spielverständnissen spielen. Du gibst ja auch nicht da. Randys! Nice, Randys! Hier, Robert. Ich bin ja komplett im Abseits. Da, der Grüne. Jetzt bin ich da. Nice. Jawohl! Uh, Zucker! Ich nehme dir mal den Ball ab, ne? Oh, schau. Richtiger Amateur. Mach dir das! Ja, da räumt der Krieger erst mal auf, da. Ja, mit seinen 1,30. Mitte, Mitte, Mitte. Auf rechts durch. Oh, jetzt kriege er. Jetzt kannst du mir eine Flanke geben. In die Mitte. Der ist aber lang. Oh. Der ist zu klein. Fantastisch. Schön, dass mein Spieler so heißt. Ich war ja gerade vor den Spielernamen. Oben, Robert. Das war knapp. War länger oben? Jo. Meiner? Bisschen. Komm, hast du. Nice. Lässt du meine? Rechts rauskriegen. Ich bin hochgelaufen. Spät! Paul. Ja, sorry. Was? Input lag. Ja. Sie. Lange. Oh. Junge. Direktköpf. Schick ihn. Ja. Ja, ja. Da oben, oben, oben. Oh, das muss es sein. Ja, hohe. Ja, hohe. Durch die Beine. Was geht? Der Rager hier am Start. Du darfst auch mal die Vorderangelung hier. Zack, durchgesteckt. Besten Dank, der Rager. Fantastisch. Fantastisch durchgesteckt auf dem Rager hier. Ja, ja. R, R. Har, har, har. Komm direkt nächste Budi. Ja. Oh. Ui, du. Spagat aus. Mann. Heute Bock auf Spagat, oder was? Jo. Wir haben aber einen kleinen Sorbet. Egal. Der hält Bombe. Rika. Abseits. Mann, 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 Mann. Ich stimme noch einmal am Abseits. Ich habe den Pöbel, Klaus. Klasse Pass. Und sweaten, Jungs. Sweaten. Sweaten. Oh, das muss ich noch. Alter, du Missgeburt. Was? Bro. Standet ihr euch gegenseitig im Weg, oder wurdest du weggelegt? Ich habe einen sensationellen Pass gespielt. Aber der war super. Aber der hat mir doch gefoult, oder nicht? Was war das denn sonst? Ruhig. Ah, wie stark. Lass mich die Ecken schießen, bitte. Nicht der größte, sagst du? Nee, lass mich die schießen, Schlange. Auch nicht, aber wie heißt du? Äh, Fantastisch. Fantastisch. Spiel auf den Dicken da in der Mitte. Ich bin ungefähr hintriger, sagst du es mal? Ah, okay, zu mir. Sehr schön. Fuß. Hier in der Mitte. Roll. Ruhig. Er hat keinen Schlenz. Schon ein bisschen Ego, ne? Ja. Ich habe aber eigentlich einen guten Schuss. Ja, aber keinen Schlenz. Haben wir gesehen. 404, Schlenz not found. Kommt. Ja. Ja, wohl. Ja, zu zweit ist er nicht so clever, ne? Nee, so weiß ich nicht. Ja, da muss... Ich bin ja wohl Stürmer. Ja. Waren da noch? Ja, Mr. Grün. Mr. Grün. Ja, ja. Keine Ahnung, wie sie das haben. Schönes Ding. Zurück. Zurück. Geh durch. Mr. Grün ist der, der hier die Pässe verteilt. Ohne. Ah. Ja, die Fehlpässe. Die Ballernahme ist ja echt behindert. Hast du... Was? Er hat doch nicht, Junge. Tritt sich fest. Liegen lassen. Tut mehr weh. Ja, Wolle, Wolle Kowalski. Wolle mal reinlassen. Ab geht die... Lippert. Abspielen. Nein. Krücke. Warte denn jetzt schon wieder? Ja, 1-0, liebe Freunde. Wenn ihr davon mehr sehen wollt, hier von so einem Pro-Club-Gedönsel... Das ist immer... Das ist eher... Oder vielleicht auch eine Chance, wenn man... Dann schreibt es uns mal in die Kommentare. Wir machen mal weiter. Und ihr seht schon, der Reinholzen... Der hat schon ordentlich Energie verloren. Der läuft zu viel. Was soll ich denn machen, Alter? Leg mir einen Big-Bag-Post vor, ich renne sofort durch. Only way to party, Robert. What? Nee, ihr dürft nicht so viel sprinten. Ist so. Korrekt. Den kann man auch mal umtreten, einfach. Das macht doch. Hört kurz davor. Ja, ja. Was hat denn ein Außenbezeichen in meinem Kopf? Ist das hier... Oha! Alter, das ist doch ein Scherz, oder? Ein Scherz. Hätte sich mindestens viermal da durchge... Ja. Kackt. Kann man so viel Glück haben? Du guckst dir an, ey. Warst ein Puzzletat dann, Alter. Alter. Level 4. Ach, fuck. Das brauchst du gar nicht probieren, Bro. Was hast du denn? Kommt schon wieder das Marker raus, ey. Was denn? Links antäuschen, rechts vorbeigehen. Wie die SPD. Wenn ihr mal aufs Radar guckt, ganz unten. Lol. Ganz unten, jetzt in den Strafraum. Oh, das ist ein... Oh, scheiße. Oh, oh. Habt ihr den fast... Das hast du nie gesehen. So müssen wir die schwule Scheiße mitmachen, wenn du das machst. Guck mal, da jetzt... Da sieht dann... Zack. Das ist unglaublich. Unglaubliches Timing beim Pass nochmal. Das ist unfassbar. Fantastisch. Einfach nur. Krass. Wer der Scheiße ist raus. 180 Kilo, ne? Aber... Ah, zu lang. Bisschen lang. Er war für die Statistik. Knapp. Wer ist fast dran gekommen? War kein Schuss, das war ein Pass. Stark. Sehr das Lustige. Ah, kann ich nicht. War gerade im Sprint. Reaktion. Leicke Elefant. Oh. Oh, ich bin abseits, ne? Findest du? Ja, das ist doch die Gewohnheit. Ihr könnt auch, wenn ihr aufs Touchpad einmal drückt, dann habt ihr nur den Spieler in der Sicht. Ach, das ist doch mal nice. Aber so nice ist das nicht, weil du überhaupt nicht weißt, wo der Ball ist. Doch. Ah, okay. Ah, nee, aber es ist generell... Also, dass man es herstellen kann, ist gut. Ja. Ruhigschlange. Ja, da kommt der Pass nicht. Ah, da kann ich aber nichts für. Sicher. Spiel ab. Ich hab voll ab Spielen. Ganz stark da unten. Problem. Was ist der Commander? Oh, Jungs. Das ist der Commander. Jungs. Ich spiel nochmal zurück am besten. Alles gut, alles gut. Nicht anfordern. Gut, spiel zurück. Blau, 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 blau. Oh. Ei. Ich krieg ja verbockt wieder. Ja, wollte wieder Rot rausziehen hier. Kein Abseits übrigens, danke. Wo? Zur Abwicklung war kein Abseits, sagst du? Nee. Ja, aber... Ja, nachdem du dir erstmal dreimal gedreht hast, brauchst du noch nicht mehr passen hier. Ruhig. Ma. Sind da vier jämmerliche Pässe heute? Ja, weiß auch nicht. Ja, der eine war doch gerade, kannst du nicht sagen. Kann den Ball nicht mehr annehmen, da. Uh. Da werde ich in die Zone nicht. Oh. Schön. Alter. Alter. Für Rad auch noch. Auch ein einfacher passt den ja nicht an. Was? Was denn nun? Der ist gekauft. Der ist gekauft. Kann man auch hier Pro-Club-Schiedsrichter machen, oder was? Ja, so wie der pfeift. Ich höre das Ding. Boah, da hält der nicht. Rot spielt mit, warte aber noch. Ich sehe es, ich sehe es. Ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, ja. Ein Flü. Ja, aber der wäre weg gewesen. Also, ich bin viel zu langsamer. Ja, aber der hat sie ja schon hingelegt, der Kollege. Oh, ich... Immer so ein Hafensänger dazwischen, ey. Alter, das Ding. Ja, das ist fest, ich ja. Fantastisch. Oh, da hieß das 3-1. Da hat er noch die Übersicht und spielt nochmal in die Mitte, ey. Schön gemacht. Ganz stark. Nicht schlecht. Kann man sich auch nochmal angucken, hier. Oder auch nicht. Auch nicht. Ich würde gerne sagen, dass mich dieses Tor... Schön. Och, komm. Nein. Ey. Nochmal das Ganze. Wutsch ich mal rein. Schöne. Was ist gelb? Ja, kann man ja mal drauf schieben. Ja, ich meine, wir haben solche Dinger schon mal reingekriegt, ne? Ja. Das stimmt allerdings. Das ist auch manchmal ein bisschen ganz komisch. Ein bisschen ganz komisch. Ein bisschen ganz, ja. Das ist mir auch gerade aufgefallen. Starker Ball hier. Bau rein. Rückraum. Krieger. Daniel. Das war ein Schuss in den Ofen. Ja. Ja. Wenn er wenigstens den Ofen getroffen hätte. Ja, denn. Roll. Zum Pass. Ach, schade. Hast du? Nee, leider nicht. Der ist ja unglaublich. Oh. Ja, sehr gut. Das ist alles... Ich hab Fuß. Oh, nein. Lol. Der ist die zweite Rote. Du dummer Bastard, ey. Du dummer Bastard. Die ganze Zeit einer auf Kleinsmarki und dann du dummer Bastard. Ich bin verletzt. So ne Kacke. Ja. Das ist ärgerlich. Das sieht aus wie Training. Perfekt. Verpasst das Topolos. Das ist ein tolles Resultat. Es sieht so aus, als wenn die Mannschaft der Spieler... Bring it. Langer Pfosten, langer Pfosten. Oh, schade. Oh, der Randy. Mann. Echt? Mann, abgesehen vom Gewicht, Originalmaße hier. Schön. Flange. Jo. Warte. Absage. Ja, ich wollte den nicht haben. Ich wollte auch auf Flange spielen, aber irgendwie... Du kannst doch da nicht mehr wegrennen. Ich wollte den Ball auch haben. Vorher sollen wir reden. Damit haben wir noch nie und nimmer gerechnet. Alle rennen vom Ball weg. Nein, der... Nein. Oh, der ist im Abseits. Ja, die Abseits-Keule, Brosen. Der steht eigentlich bei uns in der Hälfte. Der ist ja schon im Abseits. Weil der einfach... Bei der Masse... Tim Wiese. Unser Tim Wiese. Habe ich mich extra noch leichter gemacht? Oh. Keine Gefahr hier vom Dickhead. Auge. Auge. Alter. Ganz direkt hier... Durchstarten. Oh, jetzt... Guck mal, da wäre ich durch gewesen. Da wäre... Puls. Trikul-Rose, Junge. Fantastisch. Ja, Freunde, das war mal eine Runde Pro-Club. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da. Schreibt uns in die Kommentare, wie ihr es gefunden habt. Ja. Nächste Mal mit Elfmann. Robert und Krieger harmonieren quasi, ne? Ja, hör mal, Elf Schlange aber auch. Die Pässe da zwischen euch ist ja fantastisch gewesen. Muss ich aber, ne? Ja. Auch sagen. Seht ihr dann. Da ist die rote Karte hier. Mit meinem Elbobo, ey. Ja, in dem Sinne, gut, Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ich bedanke mich beiden, die da gewesen sind. Die kennen alle. Tschüss dann, Tschüss. Tschüss.